Jo, mein Lieben, du Schauer und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute eine Minecraft Skywars MLG Boat Glide Challenge und was wichtigste ist, Leute, dass wir jetzt als allererstes einfach mal, wie heißt es, ein Boat bekommen. Ein Boat, ein Boat. Als erstes müssen wir uns natürlich hochbauen. So, wenn wir dann richtig weit oben angekommen sind, Leute, dann müssen wir uns als erstes mal so eine fette Plattform bauen, also nicht zu fett, aber schon so normal fett. Dann, Leute, craften wir uns ein Boot. So, zack, Alter, Leute, wir craften uns ein Boot. Das setzt. Und dann MLG macht auch einfach ein. Läuft bei ihm. MLG, 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 MLG. Schiff. Oh mein Gott, oh mein Gott, es hat geklappt, es hat geklappt. Oh mein Gott, Alter. Es hat immer. Ja, wow. Alter. Ey, Mann. Leute, wir haben ein Wassereimer bekommen, Leute. Ein Wassereimer. Jetzt müssen wir uns nur noch den hohen Turm bauen. Dann können wir den krassen Gleit machen, Leute. Wir sehen uns, wenn wir in die Lüfte steigen. Leute, Alter, das ist immer mein Warnsignal, wenn der sagt, ey, du kannst keine Blöcke mehr abbauen. So, dann machen wir uns mal ein paar Plattformen. Vier an der Zahl, vier Stück. Boom. Dann kommt hier eine hin. Hier. Hier. Man kann keine Plattformen da draufsetzen, Alter. Locker hatte schon jemand gesehen. Ey, du kannst es nicht. Reingelegt. Oh mein Gott. Und erfüllt. Erfüllt. Ey, fliegt doch runter. Mann. Okay. 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 Boom. Boom. MLG Boat Gleit. Zack. 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 Alter, der hat besseres Equip als ich. Ah. Oha. Alter, wie viel Schaden habe ich denn bitte von dem MLG Boat Gleit bekommen? Lol. Nein. Nein. Ein. Hä, lol. Ich habe einen bekommen. What the fuck? Ach so, er ist runtergefallen oder was? Er ist einfach runtergefallen. Ja, Hammer. Läuft bei uns, Leute. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Läuft bei uns. Schaffen wir den Sprung? Oh mein Gott. Ich hätte ihn einfach fast nicht geschafft. Oh mein Gott. Ist hier drin. Eine Diabrust ist einfach hier drin, Leute. Eine Diabrust. Neun Dias, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ähm. Bruder. Peace. Peace. Oh mein Gott. Oh 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 Gott. Nein. Okay, Leute. Wir haben keinen, keinen Ding bekommen. Kein, äh, wie heißt es? Kein, kein Wasser. Aber trotzdem, Leute. Können wir uns auch einfach nach oben bauen. Leute. Okay. 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 Wir sind weit genug. Weit genug. Weit genug. Weiter. Weiter runter. Weiter runter. Noch ein runter. Das Boot draufsetzen. Ja. Okay. Oh. Lol, Leute. Das geht auch. Okay. In der Mitte ist noch keiner. Wir gehen in den F5. In den F5. Oha. Kann ich, kann ich mich jetzt mal ins Ding reinsetzen? MLG. Oh mein Gott. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es. Boom. Alter. Easy. Geschafft. Einfach MLG hingekriegt. Oh mein Gott. Was ist hier drin? Eine Enderperle. Die brauchen wir irgendwann mal. Aber nicht jetzt. Lol. Traurig. Wieder da runtergefallen. Nicht. Äh, wenn ich nicht vergesse, kommt die traurige Musik. Nein, kommt es nicht. Ähm, so. Zack. Hauen wir uns hier rein. Hauen wir uns hier rein. Boom. Boom. Wir haben ja nur ein Eisenschwert, ehrlich gesagt. Das müssen wir ändern. Oh, Leute, Alter. Wir sind die letzten zwei. Finale ist es. Okay. Dorthin bauen wir uns. Nimmen wir unseren Ding rein. Jetzt gehen wir in sein Ding. Ich hab vergessen, meinen, äh, Speer zu verzaubern. Ich bin so dumm. So dumm. Ja. 1v1. 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 Ja. Runde gewonnen. Leute, Alter. Ich würde sagen, das soll es im Video gewesen sein. MLG Boat Glide hat besser funktioniert als der MLG TNT, Alter. Hier rechts irgendwo müsste dann das MLG TNT Video aufkloppen. Vielleicht oder auch nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, schaut euch die anderen Videos an. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.